So, vom Anzeigen-Meister habt ihr bestimmt auch schon mal gehört bzw. vom Anzeigen-Hauptmeister und da gibt es inzwischen viele verschiedene Spiele. Ich habe hier mal eins ausgesucht, das wir heute mal anspielen werden und dann erzähle ich noch ein bisschen was nebenbei. Die Steuerung ist recht simpel, wie ihr hier sehen könnt, kann man sich gut merken. Und ansonsten kann man hier nicht viel einstellen, deswegen starten wir ins Spiel. Auch das Spiel selber ist sehr übersichtlich, das ist eine Kleinstadt, soll die Kleinstadt sein vom Anzeigen-Hauptmeister, wenn ich es richtig verstanden habe, wirkt allerdings eher wie so eine amerikanische Kleinstadt. Ja und das liegt daran, dass das hier eher ein Trash-Projekt ist, der Anzeigen-Hauptmeister ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen trashig, also das passt perfekt wie Arsch auf Eimer. Ich glaube die Kleinstadt besteht aus Demo-Daten von der Epic-Engine oder was weiß ich, welche Engine der Entwickler hier benutzt hat. Und das Spiel ist so simpel wie effektiv, es geht darum Anzeigen zu verteilen und Falschparker aufzuschreiben. Sehr schön auch das original gestaltete Polizvieh-Fahrrad hier. Also das ist ein Korn. Du bist so wichtig. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ja und dann gibt es hier noch sowas wie einen bösen Nachbarn, der random bei jedem dritten, vierten Auto erscheint, der uns jagt und wenn der uns kriegt, dann ist das Spiel vorbei, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Und das sieht dann so aus Ziel des Spiels, ist übrigens ein Highscore mit mehr als 4000 Anzeigen, das ist die Anzeigenanzahl, die der Anzeigenhauptmeister nach eigener Aussage in den letzten Jahren oder was weiß ich eben geschrieben hat. Ja, von dem Nachbarn kann man ganz gut flüchten, man muss halt nur schnell sein. Ja, was bleibt mir persönlich noch zum Anzeigenhauptmeister zu sagen, es wurde ja alles schon gesagt im Prinzip, mir persönlich tut der Kerl ein bisschen leid, dass er nichts besseres mit sich anzufangen weiß, als eben seinen Mitmenschen auf den Sack zu gehen. Aber das muss er selber wissen, er ist ja alt genug. Er ist ja alt genug. Er ist ja alt genug. Hinter diesem Falschpark ist übrigens die Statue vom Anzeigenhauptmeister und da wird auch das Spielziel abgebildet. Er ist ja alt genug. Also ihr seht, die Stadt ist sehr übersichtlich, das Spiel ist sehr sehr klein. Es wiederholt sich schon in diesen 8 Minuten, wo das Video hier dauert, mehrfach. Wir schreiben immer wieder die gleichen Autos auf. Trotzdem hat mich das Spiel jetzt für die 8 Minuten gut unterhalten. Gerne verlinke ich euch auch mal das Spiel, damit ihr es selber herunterladen könnt. Das erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. Wobei ihr nach diesem Video wahrscheinlich auch schon alles vom Spiel gesehen habt. Das ist für heute kaputt. Ja, und dann war es das im Prinzip auch schon wieder. Wir schauen uns dieses kleine amerikanische Haus hier noch an. Was haltet ihr vom Anzeigenhauptmeister hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, wie immer. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Und dann bedanke ich mich an der Stelle auch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Macht's gut. Und Tschüss. 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 Tschüss.